Fitness mit Marc Folge 250 Herzlich Willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber, direkt aus Hamburg. Er fragt sich, was seine zukünftigen Kinder mal über ihn sagen werden. Marc Maslow Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitnesscoach von Marathonfitness.de In der heutigen Folge gehen wir an die Eisen. Wir reden über das K der Marc-Formel und zwar konkret um eine der effektivsten Kraftübungen überhaupt, über das Kreuzheben. Du bekommst in der heutigen Folge die ultimative Kreuzhebenanleitung mit auf die Ohren und mit an die Hand. Und die Frage ist natürlich, warum eigentlich Kreuzheben? Nun ganz einfach, Kreuzheben produziert Knackärsche. Und davon können wir, finde ich, noch mehr in Deutschland gebrauchen und überall, wo dieser Podcast gehört wird. Außerdem gehört die Übung nicht ohne Grund zu den weltbesten Muskelaufbauübungen. Denn sie trainiert so gut wie jeden Muskel deines Körpers. Du solltest allerdings, und das gilt für alle Grundübungen, du solltest die richtige Technik beherrschen und vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass dein Rücken während der Ausführung die richtige Position behält. Denn wer Fehler macht, der riskiert Verletzungen und Trainingsfrust. Und das ist beides ziemlich uncool. Aber wer ganz auf diese Übung verzichtet, vielleicht aus dem Grund irgendwas falsch zu machen, der verschenkt ziemlich viel Potenzial und verzichtet auch auf eine Übung, die einfach unglaublich viel Spaß macht. Kein Kreuzheben ist also auch keine Lösung. Deswegen, mein Plädoyer, diese Übung gehört in jeden Trainingsplan. Natürlich mit sauberer Technik ausgepführt. Und dazu habe ich mir Verstärkung heute hergeholt ins Studio. Neben mir steht Aljoscha Liebe. Aljoscha ist Personal Trainer, ist Trainings- und Schmerzspezialist mit über 10 Jahren Erfahrung als Trainer. Er hilft Sportlern dabei, komplexe Übungen, wie eben das Kreuzheben, schmerzfrei auszuführen. Denn wer vielleicht mal Schmerzen beim Training gehabt hätte, der weiß häufig gar nicht, dass meistens simple Korrekturen ausreichen, um solche Schmerzen verschwinden zu lassen und die Muskeln wieder zum Wachsen zu bringen. Also freu dich auf die heutige Folge mit Aljoscha Liebe. Bis gleich. Liebst du Bücher und hast eine Liste von Büchern, die so lang ist, dass du sie niemals lesen können wirst? Dann hat Audible die perfekte Lösung für dich. Wie wäre es, wenn du dir diese Bücher einfach vorlesen lässt, während du unterwegs bist, auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkaufen oder beim Wäscheaufhängen. Die App ist kostenlos und läuft auf allen deinen Lieblingsgeräten. Und weil Audible über 150.000 Hörbücher im Programm hat, findest du auch immer etwas Neues und Interessantes, das du gerne hörst. Anders als bei Musik- oder TV-Streaming-Angeboten gehören deine Hörbücher bei Audible dir. Das heißt, du kannst sie zum Beispiel mit deinem Smartphone jederzeit und überall hören. Tja, und wenn dir mal ein Buch nicht gefällt, dann ist das kein Problem. Du kannst es jederzeit gegen ein anderes Hörbuch eintauschen, ohne Wenn und Aber. Als Fitness mit Marc-Hörer bekommst du die Audible-Mitgliedschaft für ein halbes Jahr zum halben Preis. Geh dazu auf www.fmmbuch.de, fmm wie Fitness mit Marc und dann buch.de. Unterstütze Fitness mit Marc und geh auf www.fmmbuch.de. Dort bekommst du deine Mitgliedschaft für die ersten sechs Monate zum halben Preis 4,95 pro Monat. Ja, wie eben schon gesagt, heute geht es ums Kreuzheben und ich habe Verstärkung hier an Bord. Moin Moin Aljoscha. Moin. Aljoscha, bevor wir ins Eingemachte gehen, hast du heute schon Kreuzheben trainiert? Ne, heute bin ich noch nicht dazu gekommen. Heute war eher so Bürotag. Okay, und steht noch was an an Training? Heute nicht, aber morgen steht Kreuzheben auf dem Plan tatsächlich. Cool. Du kommst ja eigentlich aus der Parcours-Ecke. Wie kommt es denn eigentlich, dass du jetzt Seminare auch zu den Grundübungen gibst? Das sind ja zwei verschiedene Disziplinen. Ja, mit Parcours bin ich vor etwa über zehn Jahren angefangen und da war das noch super neu hier in Deutschland. Und ja, da wurde noch nicht so systematisch trainiert. Da wurde einfach so mal drauf los ausprobiert. Ja, mit der Zeit habe ich einfach gemerkt, dass gewisse Sachen nicht mehr so gut lösbar waren, einfach nur durch drauf los trainieren, sondern da musste ein bisschen mehr Systematik hinterher. Und genau, dann habe ich mich ins Krafttraining eingearbeitet. Warum sollte man denn eigentlich Kreuzheben trainieren? Einfach, weil ganz viele Muskeln auf einmal in einer Übung sozusagen trainiert werden. Das heißt, ich mache eine Übung und der ganze Körper wird irgendwie mehr oder weniger trainiert dadurch. Okay. Gibt ja auch andere Übungen, die genau das erreichen. Kniebeugen. Reicht das nicht? Ja, Kniebeugen haben natürlich noch ein bisschen anderen Fokus. Also das Schöne am Kreuzheben ist halt, dass wir da halt vor allem das Gesäß und die Oberschenkelrückseite noch mal ein bisschen mehr drin haben. Bei den Kniebeugen haben wir vielleicht eher die Oberschenkelvorderseite mehr mit drin. Und speziell den unteren Rücken oder generell den Rücken, den kriegt man kaum so gut trainiert wie mit dem Kreuzheben. Und da gibt es auch, würde ich sagen, gar nicht so die guten Alternativen, wenn man jetzt so in den Bodyweight-Bereich schaut oder so. Beziehungsweise ist es nicht ganz so einfach, das im Bodyweight-Bereich zu machen. Da ist das Kreuzheben schon eine super Sache. Was ist denn eigentlich Kreuzheben? Das ist, glaube ich, eine wichtige Frage, auf die wir eingehen sollten, bevor wir gleich in die Technik gehen. Beschreib mal die Übung. Ja, eigentlich ist es so, du hebst was Schweres vom Bund auf und setzt es wieder ab. Das ist eigentlich in erster Linie erstmal Kreuzheben. Meistens meint man mit Kreuzheben halt auch tatsächlich das Langhantelkreuzheben, aber man kann natürlich auch mit anderen Sachen Kreuzheben machen. Mit einer Kettebell, mit einer Kurzhantel oder mit einem schweren Stein oder einer Getränkekiste. Ja, und da ist die Technik natürlich entscheidend, denn das Ganze geht auf dem Rücken, soll es ja auch, soll aber auf die richtige Art und Weise auf dem Rücken gehen. Dazu kommen wir auch gleich in der Technik. Lass uns doch mal kurz durchgehen, welche Muskeln trainiert Kreuzheben denn eigentlich? Ja, die Beine hatten wir eben schon gesagt, die oberste Rückseite, aber auch die Vorderseite, das Gesäß, der Rücken, die Bauchmuskeln, Trapez, die Arme, das Gewicht halten. Also eine ganze Reihe von Muskeln, die dort involviert sind. Trapezmuskeln sind die Muskeln an den Schultern sogar. Warum brauchen wir die denn beim Kreuzheben? Die sind einfach dafür da, um die Schulter zu stabilisieren. Sonst würden uns die Schulterblätter ja so nach vorne abhauen mit dem Gewicht und die halten sozusagen die Schulter fest an ihrer Stelle beim Heben. Und die Arme? Ja, die Arme, die halten das Gewicht, also sie übertragen ja die Kraft sozusagen von der Hüfte und von den Beinen in die Hände und genau, die müssen natürlich halten, was wir da hochheben. Zu den Beinen gehört dann auch das Gesäß, genau, der Po wird trainiert. Kreuzheben ist eine der effektivsten Po-Trainingsübungen. Also wer gerne ein knackiges Gesäß haben sollte, sollte diese Übung auf jeden Fall auch trainieren. Genau, das Gesäß ist natürlich für die Hüftstreckung verantwortlich und wenn wir sozusagen Gewicht vom Boden aufheben, dann gehen wir von so einer Hüftbräugung in eine Streckung rein und wenn wir dann da viel Gewicht drauf machen, dann kommt das Gesäß natürlich auch auf seine Kosten. Jetzt haben wir auch einige, die zuhören, die nicht im Fitnessstudio trainieren, weil sie vielleicht an einem Ort wohnen, wo das nächste Fitnessstudio ein bisschen weiter weg ist und sich zu Hause was aufgebaut haben, also ein kleines Homegym. Was braucht man denn so an Ausrüstung fürs Kreuzheben, was empfiehlst du da? Also am besten wäre so eine standardisierte olympische Langhantel, die sozusagen eine 50 Millimeter Bohrung hat und dann dazu diese 45 Zentimeter Scheiben. Das wäre ideal. Wieso jetzt genau diese Maße? Das liegt einfach daran, dass es wichtig ist, die Stange auf einer gewissen Höhe ist. Wenn man jetzt kleinere Scheiben nutzt, wie das vielleicht auch in einigen Fitnessstudios der Fall ist, dann liegt die Stange einfach sehr niedrig und das kann bei manchen Leuten einfach schon zu tief sein. Also dann fehlt die Beweglichkeit und die Ausführungen werden einfach schwieriger. Und selbst, wenn man beweglich genug ist, ist es eine sehr ungünstige Position, um viel Gewicht zu bewegen. Das heißt, man möchte eigentlich, dass die Stange ungefähr auf der Mitte vom Schienbein liegt und das kriegt man eben halt mit diesen Maßen, die ich eben gesagt habe, mit dieser Standard Olympiastange und eben halt den großen 45 Zentimeter Scheiben. Und das ist ja auch eine einheitliche Normung, das heißt in vielen Fitnessstudios findest du genau diese Standards auch wieder. Die Stangen sind alle gleich schwer, die Gewichte sind genormt, das heißt, wenn du auch mal ins Studio gehst, dann fühlst du dich sofort zu Hause mit den Gewichten, kennst dich also aus. Genau, das ist ja mittlerweile so, dass halt auch in den Ketten und so, dass das eigentlich der Standard ist. Also da, wo es noch nicht so ist, da kommt es jetzt auch immer mehr an, würde ich sagen, dass jetzt nicht mehr irgendwie die 10er Scheiben ganz klein sind und nur irgendwie die 20er, 25er Scheiben groß genug sind, sondern dass man teilweise vielleicht auch groß genucke Fünfer Scheiben hat, was ja auch für manche Leute schon recht viel ist und dann ist das ein guter Einstieg. Da muss man nicht gleich die schweren Gewichte bewegen. Was ist mit Schuhen? Kann man da einfach irgendwelche Sportschuhe anziehen? Also optimalerweise wären ganz flache Schuhe mit einer Sohle, die jetzt nicht zu weich ist, also die jetzt nicht so eindrückbar ist. Einfach deswegen, weil man dann eine bessere Verbindung zum Boden hat, man sich besser wegdrücken kann. Also wenn das Studio das erlaubt, ist Barfuß natürlich auch eine super Alternative oder in Socken. Ja, sonst Gewichtheberschuhe sind auch eine Option. Muss man immer ein bisschen gucken. Es gibt manche Leute, die von der Anatomie her eh schon Probleme haben, dass die Knie vielleicht ein bisschen zu weit vorgeschoben sind und dann kann eine erhöhte Hacke, kann das sozusagen noch fördern. Das wäre dann nicht so sinnvoll, aber ja, tendenziell eine flache Sohle und halt eine inkompressible Sohle, ja. Ja, gerade bei den schwereren Gewichten ist es manchmal auch dann eine Herausforderung, die Stange zu halten, gerade wenn man schwitzige Hände hat. Jetzt gibt es einmal noch, sieht man auch manchmal so Chalk, also dieses weiße Pulver, Magnesia, haben wir es früher im Sportunterricht genannt. Und Zughilfen kann man auch verwenden, also solche Riemen, die man sich um die Handgelenke macht, um einfach das Gewicht besser halten zu können. Was hältst du von beiden Möglichkeiten? Ja, denke ich, ist eine wunderbare Sache. Also man muss natürlich immer gucken, was das Ziel ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel Wettkampfsportler ist oder man möchte auch seine Griffkraft speziell trainieren, dann ist es natürlich nicht so sinnvoll, weil dann entlastet man ja eben die Griffmuskulatur. Aber ich sehe das häufiger bei, gerade bei Frauen auch, sobald die so ihr eigenes Körpergewicht ziehen und sowas, kann das schon mal passieren, dass das Problem nicht ist, dass der Rücken oder die Beine nicht bewegen können, das Gewicht, sondern es scheitert an den Händen. Und da würde ich sagen, kann es schon sinnvoll sein, gezielt mal auch Zughilfen einzusetzen. Ich würde es halt nicht generell machen, also alles was geht an Sätzen, an Arbeitssätzen und vielleicht auch ohne machen und wenn es dann im letzten Arbeitssatz mit den Zughilfen sein muss, genau, dann wäre das eine gute Lösung. Also es sind auch meiner Meinung beides Punkte, die man sicher am Einstieg noch nicht braucht. Also wer gerade anfängt, braucht sich jetzt nicht voll ausstatten mit Gewichtheberschuhen und Chalk und Zughilfen, sondern ich glaube, ich habe bestimmt zehn Jahre ohne trainiert und dann irgendwann merkt man, dass man an so einen Punkt kommt, wo es dann unangenehm wird oder man nicht weiterkommt und dann kann man sich das dazu kaufen. Genau, das macht nach Bedarf Sinn oder also vielleicht auch, wenn man jetzt sehr hohe Wiederholungszahlen macht, also wenn man jetzt irgendwie so rumänisches Kreuzheben und dann irgendwie so 10, 15 Wiederholungen macht und dann vielleicht mehrere Sätze und man macht auch noch Klimmzüge und Ruder und was auch immer was in einer Einheit, dann kann es halt schon mal sinnvoll sein, sowas einzusetzen, aber ja, erst nach Bedarf würde ich nicht einfach auf Verdacht machen. Jetzt hast du schon angesprochen, rumänisches Kreuzheben, das ist eine Variante vom klassischen Kreuzheben und das ist eine gute Überleitung zur Technik, zu der würde ich ganz gerne jetzt mit dir kommen. Lass uns erstmal mit der klassischen Variante starten. Wie führt man das Kreuzheben so durch, dass man einerseits sich nicht falsch belastet und andererseits natürlich auch das Optimum rausholt aus der Übung? Ja, also wichtig ist erstmal, dass man so ein bisschen diese Grundfertigkeit beim Kreuzheben versteht, dass die Bewegung halt aus der Hüfte kommt und nicht so sehr aus den Knien, also tendenziell sieht man das immer wieder, dass wenn Leute das das erste Mal machen, dass die das Gewicht sozusagen aus so einer tiefen Hocke heben wollen und das kann man natürlich auch machen, das nennt sich dann Kniebeugen. Das ist auch eine super Übung, aber ist ja nicht Ziel der Sache, wir wollen ja tatsächlich jetzt eher auch aus dem Rücken und aus der Körperrückseite heben und das kriegen wir halt dadurch hin, indem wir die Hüfte beugen und strecken. Und das muss man erstmal verstehen, das ist sozusagen der Grundbaustein und wenn man das hat, dann hat man schon viel gewonnen und von daraus kann man sozusagen aufbauen, aber das würde ich immer als erstes erstmal entwickeln. Also diese Hüftbeugung im Englischen sagt man hip hinge dazu, das ist ganz wichtig. Okay, dann können wir das Kreuzheben ja mal in seine Einzelteile zerlegen. Wie sieht die Ausgangsposition aus? Also ich stehe jetzt zum Beispiel am Squat-Rack oder zu Hause in meinem Homegym vor der Langhantel und da liegen die Gewichtscheiben, dann packe ich mir da ein bisschen Gewicht drauf. Vielleicht ist es am Anfang auch eine gute Idee erstmal nur mit der Langhantel die Technik zu üben. Wo fangen wir an? Ja, also normalerweise ist es ja so, dass man Kreuzheben vom Boden aus macht, aber wenn man das jetzt erstmal lernen möchte von der Technik her und sozusagen dieses Abklappen in der Hüfte üben möchte, dann startet man einfach mit der Stange in den Händen und man steht, der Griff ist etwa so breit, dass man leicht außerhalb der Beine ist und genau das wäre die Startposition. Und von da aus will man sozusagen das Gesäß nach hinten schieben und den Oberkörper nach vorne lehnen und dabei sozusagen mit der Stange am Oberschenkel runtergleiten und den Kontakt da auch richtig halten, bis man so unter der Kniescheibe oder so auf der Mitte vom Schienbein ist und dann kommt man genau den gleichen Weg wieder zurück. Und genau das wäre sozusagen der Startpunkt, den ich da wählen würde. Das ist auch das, was ich in den Seminaren häufig oder immer so mache. Das ist so das, was wir als erstes erstmal einüben. Jetzt gibt es ja auch andere Griffmöglichkeiten. Du hattest erwähnt, dass man halt von oben die Stange greift, Daumen zeigen dann zueinander. Heißt glaube ich im Sportunterricht auch Ristgriff. Jetzt sieht man auch einen sogenannten Kreuzgriff, dass halt die Hände so über Kreuz gegriffen sind, also die Daumen zeigen in eine Richtung. Ich habe es sogar schon mal gesehen, dass jemand von unten die Stange greift, also so, dass die Daumen nach außen zeigen. Kann man da variieren? Normalerweise würde ich einfach empfehlen, diesen Griff zu nehmen, wo die Daumen zueinander zeigen. Wenn das Gewicht sehr viel schwerer wird, dann kann halt so ein Kreuzgriff helfen. Das ist eine ähnliche Sache wie mit den Zughilfen. Also es kann dabei helfen, eine Schwäche in den Unterarm so ein bisschen auszugleichen. Dann kann man das Gewicht ein bisschen besser kontrollieren. Aber das wird am Anfang eigentlich nicht nötig sein und deswegen würde ich einfach einen symmetrischen Griff wählen. Dieses Aufdrehen der Hände habe ich tatsächlich auch schon mal gesehen. Da hatte ich mal sogar einen speziellen Fall mit jemandem, der Schulterschmerzen in der anderen Position hat und das Aufdrehen der Hände war angenehm. Aber das ist dann wirklich eher ein spezieller Fall. Also normalerweise würde ich einfach von oben die Stange greifen, Daumen zeigen zueinander. Wenn man jetzt sehr schweres Gewicht hat und das wäre ja ein Grund, diesen Kreuzgriff zu verwenden, da hat man ja eine Unsymmetrie im Oberkörper drin. Siehst du da ein Problem, wenn das Gewicht sehr schwer wird oder ist das individuell unterschiedlich? Also bei dieser Art von Asymmetrie sehe ich jetzt kein großes Problem. Also der Körper passt sich ja auch daran an. Das heißt, wenn ich anfange irgendwann diesen Kreuzgriff zu benutzen und dann mich Stück für Stück steigere, dann können die Strukturen sich da auch daran anpassen. Das wäre vielleicht nur keine gute Idee, wenn ich jetzt irgendwie sehr, sehr intensiv trainiere und dann auf einmal umsteige und der Arm oder der Bizeps in dem Fall ist jetzt nicht daran gewöhnt. Das wäre keine gute Idee. Aber solange man das vorsichtig einführt ins Training, ist so eine asymmetrische Belastung auch kein Problem. Da kann sich der Körper auf jeden Fall anpassen. Wichtig wäre, glaube ich, da nochmal die Seiten zu wechseln. Also dass man in jedem Satz einmal den Kreuzgriff durchtauscht. Also die Daumen zeigen einmal zur einen Seite, einmal zur anderen, oder? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Dann hat man diese symmetrische Belastung. Ich denke nicht, dass es in dem Fall jetzt super ausschlaggebend wäre. Nochmal zurück zur Ausgangsposition. Wir stehen jetzt mit der leeren Langhantel. Die befindet sich auf Höhe unserer Oberschenkel, stehen damit. Und jetzt kommen wir zur Durchführung. Wie sieht die aus? Wir starten jetzt von oben, einfach nur um halt diese Bewegung in der Hüfte zu üben. Und ja, von der Position aus, die Marc gerade beschrieben hat, dort lehnen wir den Oberkörper nach vorne und schieben das Gesäß zurück. Und gleiten eben halt mit der Stange am Bein hinunter bis zur Mitte vom Schienbein und kommen dann wieder hoch. Ganz wichtig dabei, die Stange sollte das Bein dabei nicht verlassen, sondern das sollte die ganze Zeit so ein Kontakt dabei sein. Und auch wichtig ist, dass wir die Bewegung tatsächlich aus der Hüfte holen und nicht den Rücken irgendwie rund machen oder überstrecken während der Bewegung. Also der bleibt ganz fest. Weitere häufige Fehlerquelle ist, dass die Knie zu weit vorgeschoben werden und dann im Weg sind. Aber da können wir jetzt nochmal Stück für Stück auf die einzelnen Fehler genau eingehen. Es ist immer ganz gut, wenn man nochmal ein Bild vor Augen hat. Das können wir hier im Podcast natürlich nicht liefern. Du findest in den Shownotes ein Video von dir, Aljoscha, wo du das Ganze mal trocken vorführst. Also das Kreuzheben mit der leeren Langhantel, so wie du es eben beschrieben hast. Lass uns doch mal auf die drei häufigsten Fehler eingehen, die du so beim Kreuzheben beobachtest und wie man die am besten vermeiden kann. Rundrücken ist ein häufiges Problem. Während der Bewegung irgendwann sozusagen wird der Rücken halt rund. Das ist nicht mehr so schön gerade, wie wir ihn haben wollen. Und ja, eine Sache, die man machen kann, ist halt Brust rausstrecken. Dadurch wird die Wirbelsäule eben halt dann gerade. Also stell dir vor, jemand steht neben dir und sagt Brust raus. Und das produziert meistens schon den gewünschten Effekt, den wir haben wollen. Was wir natürlich nicht wollen, ist, dass man dann das zu stark macht und um ein Hohlkreuz landet. Aber wie gesagt, wenn du rund bist und man sagt das, dann landet man meistens genau dort, wo man sein möchte, so in einer mehr oder weniger neutralen Position. Eine andere Sache, die passieren kann, ist, dass wenn man jetzt in den Knien sich zu wenig bewegt. Das heißt, wenn ich mich jetzt in der Hüfte nach vorne klappe und die Knie ganz stark gestreckt lasse, dann kommt man schnell an sein Beweglichkeitsmaximum. Und dann rundet der Rücken auch ein. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch nochmal rückenneutral. Also wenn man dich von der Seite beobachtet, während du das Kreuzheben durchführst, verändert sich die Haltung deines Rückens in sich nicht. Also es ist genau wie wenn du aufrecht stehst, nur dass du halt an der Hüfte dich nach vorne beugst. Was kann man noch falsch machen? Genau, was man noch falsch machen kann, ist, dass wenn man die Knie zu gestreckt lässt, beim sich sozusagen nach vorne lehnen, also man auf dem Weg nach unten ist, dann zeugt das ganz viel Spannung auf der obersten Rückseite. Und wenn man dann nicht beweglich genug ist, dann kippt so das Becken ab und der Unterrücken wird auch rund. Und was man dann einfach machen kann, ist, dass man eben halt die Knie nicht ganz so stark gestreckt lässt, sondern sich ein bisschen tiefer sozusagen reinsetzt und die Knie ein bisschen nach vorne schiebt. Und das ist die andere Fehlerquelle, die man sozusagen haben kann, dass man sich zu sehr nach vorne lehnt und die Knie zu gestreckt bleiben beim Kreuzheben. Dann würde der Rücken in der unteren Hälfte der Bewegung rund werden. Eine gute Idee ist auch, sich mal selbst zu filmen von der Seite oder vom Trainingspartner filmen zu lassen beim Kreuzheben und dann auch diese Punkte mal durchzugehen. Du findest das ja auch alles in den Shownotes auf marathonfitness.de-podcast und dann zur heutigen Folge übers Kreuzheben verlinke ich dir auch in deiner App, wenn du das Ganze über Apple Podcasts hörst oder über Spotify oder eine andere Podcast-App, dann klickst du da einfach auf den Link und kannst dir das auch nochmal zu Gemüte führen dann. Es gibt noch einen dritten Fehler, den du häufig beobachtest. Ja, also dass wenn man sozusagen zu tief geht mit der Stange, dann kommt man halt eben auch an sein Beweglichkeitsmaximum teilweise und dann ist die Beweglichkeit in der Hüfte halt aufgebraucht und man fängt an auch im Rücken rund zu werden. Also dann einfach nicht so tief gehen und mit der Zeit wird sich halt einfach dadurch, dass man die Bewegung öfter macht, die Beweglichkeit verbessern. Kreuzheben ist also auch eine gute Übung, um beweglicher zu werden. Ja, tatsächlich. Also Leute, die Kreuzheben machen, sind in dieser Vorbeuge tatsächlich beweglicher als Normalbürger. Gibt es sogar, glaube ich, eine Studie irgendwo zu. Du hattest eben schon angesprochen, Hohlkreuz ist auch eine Fehlerquelle, dass man also nicht im Rücken rund wird in die Richtung, dass man Buckel kriegt oder so, sondern in die andere Richtung. Genau, dass man in so eine Überstreckung geht. Das kommt häufig daher, dass Leute, die eigentlich schon recht beweglich sind oder recht aufrecht stehen, so Anweisungen lesen, die ich eben gesagt habe, wie dieses Brust rausstrecken und es dann einfach übertreiben. Das heißt, die stehen eigentlich schon genau richtig, die stehen gerade, der Rücken ist in einer guten Position und wenn man da noch die Brust rausstreckt, dann landet man sozusagen im Hohlkreuz und das wollen wir vermeiden. Einfach deswegen, weil dadurch der Rücken sehr viel härter arbeiten muss und dadurch auch einfach nicht so eine stabile Haltung gegeben ist. Das heißt, in dem Fall, wenn das das Problem ist, dann wollen wir ein bisschen mehr Spannung in den Bauch reinbringen. Das wäre die eine Möglichkeit, dass man sich vorstellt, ich spanne den Bauch an und bringe sozusagen den Rippenbogen so ein bisschen runter, als würde ich einen Schlag in die Magengrube erwarten. Also da so die Spannung reinbringen oder halt auch einfach, dass man den Rücken etwas entspannter lässt. Also dass man sich nicht vorstellt, ich muss mich so krass aufrichten, sondern einfach erst mal den Rücken ein bisschen lockerer lassen. Und auch das würdest du im Profil sehen, also wenn du dich filmst oder auch beobachten lässt, am besten natürlich von einem Trainer oder jemandem, der Erfahrung hat, dann sieht man, ob du ins Hohlkreuz gehst. Ich sehe es gerade häufig auch im Fitnessstudio, dass der Rücken gerade ist, aber so in der oberen Endposition nochmal versucht wird, das letzte bisschen rauszuholen, indem man so ins Hohlkreuz geht. Das fühlt sich vielleicht in dem Moment sogar stark an, ist aber eine ziemliche Belastung für die Bandscheiben dann. Ja, das ist so ein Hohlkreuz beim Lockout, also in dieser oberen Position und ich glaube, das kommt daher, dass viele Leute irgendwie Powerlifter sehen, also Kraft-Dreikämpfer, die das eben halt machen, weil die im Wettbewerb zeigen wollen, ich habe das Gewicht ganz hoch gehoben und das ist sozusagen ein Versuch, der gilt. Das kann man dadurch sozusagen zeigen, aber es hat eigentlich nichts mit einem sinnvollen, gesunden Training zu tun, sondern kann, wie ich eben schon gesagt habe, eher dazu führen, dass der Rücken einfach an der Stelle nochmal sehr viel stärker belastet wird und das kann unter Umständen dann auch zu Verspannungen oder Schmerzen führen. Genau, also das eine ist, wie gesagt, beim Lockout, dass man sozusagen in so ein Hohlkreuz geht, aber es kann natürlich auch an anderen Stellen der Bewegung passieren. Also wenn man sozusagen bei der Abwärtsbewegung und auch bei der Aufwärtsbewegung, dass man einfach zu sehr in die Streckung im Rücken geht und genau da wäre halt, wie ich eben schon gesagt habe, die Anweisung, mehr Spannung in den Bauch bringen. Also nicht versuchen, sozusagen den Rücken mehr anzuspannen, sondern den Bauch festmachen. Also im Artikel ist das auch noch gezeigt, also man möchte das Becken nicht nach vorne kippen, sondern eher so ein bisschen nach hinten kippen. Das kann man, wenn man sich hinstellt, kann man das selber ganz gut herausfinden, wie sich das anfühlt. Ja, vielleicht kann man abschließend sagen, also wenn man das Gesäß anspannt und den Bauch, dann ist es eigentlich fast unmöglich, im Hohlkreuz zu sein. Das heißt, wenn man das einfach mal im Stehen mal ausprobiert, Gesäß und Bauch anspannen, dann kommt man eigentlich genau in diese Position rein, wo man sein möchte mit dem Rücken. Fehler Nummer drei, die Knie sind im Weg. Also ich habe die Langhantel vor mir und will sie auf den Boden befördern, aber ich komme nicht an den Knie vorbei. Was mache ich da? Genau, also das lässt sich in zwei Teile aufteilen. Also erstmal ist es so, dass ich bei der Abwärtsbewegung das Problem haben kann, dass die Knie im Weg sind. Und das passiert einfach dadurch, dass ich zu viel die Knie am Anfang vorschiebe. Also das heißt, wenn ich das Gewicht wieder nach unten befördere, dann sollte die Bewegung in der Hüfte anfangen. Das heißt, ich schiebe erst den Po nach hinten raus und dann fange ich an, langsam die Knie zu beugen. Wenn ich aber anfange, die Knie am Anfang ganz stark vorzuschieben und ich mich dann mit der Stange nach unten bewege, dann sind die irgendwann im Weg. Ich muss darum so einen kleinen Bogen machen und dann wird die Belastung im Rücken natürlich sehr viel höher, weil der Hebel auf einmal ganz stark ist. Das Gewicht geht sozusagen vom Körperschwerpunkt weg. Das heißt, die Lösung da ist, Po mehr nach hinten schieben, Knie nicht so weit, beugen am Anfang und dann klappt das bei der Abwärtsbewegung. Und das Gleiche ist, wenn ich sozusagen von unten starte, dann möchte ich auch, dass die Schienbeine relativ vertikal sind, also gerade nach oben zeigen. Wenn ich von der Seite rauf schaue, dann sollten die nicht zu stark vorgelehnt sein, die Schienbeine, sondern relativ vertikal. Aber sonst habe ich da auch wieder das Problem, dass ich anfange zu ziehen und irgendwann kommt die Stange Richtung Kniehöhe und ich bleibe am Knie hängen. Das lässt sich alles wunderbar mit einem Besenstiel üben oder mit einer leeren Langhantel. Jetzt sind wir die grundsätzliche Kreuzhebenbewegung mal durchgegangen. Als nächstes arbeiten wir mit Gewicht und dann starten wir am Boden. Ja, genau. Also das heißt, wir haben jetzt erstmal mit der leeren Langhantel geübt, wie man sozusagen die Bewegung aus der Hüfte halt herausholt, wie die Knie sich so zu bewegen haben und wie man den Rücken schön stabil hält. Und sobald das sitzt, kann man sich Gewichtsscheiben nehmen. Also wenn man jetzt ein Mann ist, dann kann man eigentlich normalerweise schon mit 10 Kilo auf jeder Seite starten. Das sollte kein Problem sein. Für Frauen ist vielleicht manchmal 5 Kilo pro Seite ein bisschen besser. Oder wenn man jetzt, weiß ich nicht, irgendwie ganz so fit ist oder sich auch einfach ein bisschen unsicher ist, dann gerne auch einfach die 5er Scheiben nehmen. Wichtig, wir sprechen hier jetzt von Scheiben, die wieder diese 45 Zentimeter Durchmesser haben, damit die Stange auf der richtigen Höhe landet. Ja, und wenn wir das haben, dann treten wir von da an die Stange heran, ungefähr hüftbreit, schulterbreiter Stand und greifen dann dort die Stange, so wie sie es eben auch gegriffen haben und gucken, dass die Schienbeine, wie gesagt, etwa vertikal sind. Also man kann sich so merken, dass das Knie etwa so auf der Höhe von dem Fußgelenk ist, also direkt über dem Fußgelenk oder über der Schleife vom Schuh. Und von da fangen wir dann an zu ziehen. Auch hier findest du wieder ein Video in den Shownotes. Wichtig nochmal vor Aufwärmen. Immer vom Kreuzheben, gerade wenn du mit schwerem Gewicht trainierst, solltest du aufgewärmt sein. Also ein bisschen Cardio, dann halt mit einer leeren Stange oder mit wenig Gewicht aufwärmen. Du stehst also vor der Stange, greifst die Stange und ziehst nach oben. Wie geht es weiter? Wenn wir oben sind, haben wir das Gesäß angespannt, haben uns komplett aufgerichtet und von dort das Gesäß wieder nach hinten rausschieben, den Oberkörper nach vorne lehnen und am Bein runtergleiten, möglichst nicht den Kontakt verlieren, bis das Gewicht wieder ganz am Boden ruht. Gut, Kreuzheben ist auf jeden Fall eine ganz natürliche Bewegung, eine funktionelle Bewegung. Wir nehmen das hier im Detail auseinander, einfach damit du das für dich auch nochmal Schritt für Schritt durchgehen kannst. Und es ist eine simple Übung. Also sie ist technisch auch nicht so anspruchsvoll wie zum Beispiel das Kniebeugen. Deswegen keine Angst, jeder kann Kreuzheben mit ein bisschen Übung. Würde ich auch sagen, also gerade wenn wir jetzt auch kleinere Gewichte benutzen, braucht man jetzt keine Angst haben, dass man sich da was kaputt macht oder so. Und gerade mit den Sachen, die wir besprochen haben, man wärmt sich auf, vielleicht auch mit der leeren Stange und dann erstmal nimmt ein kleines Gewicht, kann da eigentlich nicht viel passieren. Genau, vielleicht noch wichtig zu sagen, also wir sind ja eben gestartet mit der leeren Stange und alle Fehler, die wir eben schon besprochen haben, die man mit der leeren Stange machen kann, die gelten natürlich jetzt auch so hier beim Kreuzheben mit Gewicht drauf, also wenn wir vom Boden aus starten. Die Technik ist wirklich exakt die gleiche. Jetzt gibt es noch eine Frage, über die einige Leute auch streiten. Ist Gewicht unten am Boden absetzen oder nicht absetzen? Hast du da eine Präferenz, Aljoscha? Also ich würde erstmal damit anfangen, dass man das Gewicht tatsächlich auf dem Boden absetzt. Einfach nur deswegen, weil man sich dann unten nochmal ein bisschen besser ausrichten kann. Also man kann dort seinen Atemzug nehmen, die Luft sozusagen im Bauch halten, die Spannung aufbauen und starten. Das heißt, man hat so ein bisschen Zeit, auch nochmal sich auszurichten, falls man in der Wiederholung davor ein bisschen die Position verloren hat. Und genau, wenn sich Fehler einschleichen, kann man die halt zwischen den Wiederholungen so ausmerzen. Und gerade, wenn man höhere Gewichte benutzt, ist das eine sinnvolle Sache. Wenn man jetzt ganz hohe Wiederholungen macht mit einem kleineren Gewicht oder so, dann kann man auch gerne mal sozusagen einfach nur sozusagen den Boden antippen. Aber das sind dann auch zwei verschiedene Trainingsziele. Wenn es jetzt um mehr Intensität geht und sowas, dann würde ich einfach der Sicherheitshalber das Gewicht absetzen. Die Anatomie, jedes Menschen ist immer ein bisschen anders. Es gibt Menschen, die haben so eine homogene Verteilung von Ober- und Unterkörper. Dann gibt es halt die Sitzriesen, die haben halt einen ganz langen Oberkörper und kurze Beine. Und das Umgekehrte gibt es halt auch Menschen mit extrem langen Beinen und kurzen Oberkörper. Und gerade Letztere haben manchmal ein Problem, dass sie gar nicht an ihren langen Beinen das Gewicht ganz bis auf den Boden bewegen können. Mit sauberer Technik. Was machen die denn am besten? Also ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Sache, die man machen kann, ist, wenn man jetzt auch zum Beispiel Schwierigkeiten mit der Beweglichkeit hat. Also das heißt, man kann sozusagen in der Startposition seinen Rücken nicht gerade halten. Dann kann es sinnvoll sein, dass man die Stangen ein bisschen erhöht. Das kann man mit Scheiben machen oder mit so Blöcken oder sowas. Und dadurch, ja, verringert man einfach die Anforderungen, was die Beweglichkeit angeht. Und mit der Zeit kann man sich dann Stück für Stück vorarbeiten, bis man wieder am Boden angelangt ist. Eine andere wichtige Sache ist, dass ja gerade Leute, die vielleicht ein bisschen längere Beine haben, Da sind dann häufig die Knie einfach auch im Weg beim Kreuzheben oder es ist schwierig, die aus dem Weg zu halten. Und da können dann halt auch Kreuzheben-Variationen sinnvoll sein. Das heißt, für manche Leute ist zum Beispiel das Sumo-Kreuzheben tatsächlich eine bessere Option. Was ist das denn für eine Übung? Also unter Sumo-Kreuzheben versteht man, wenn man nicht außerhalb der Beine die Stange greift, sondern innerhalb der Beine. Das heißt, man hat so einen sehr viel breiteren Stand und zwischen den Beinen greift man dann die Stange. Und dann sieht die Bewegung auch ein bisschen anders aus. Dieser Oberkörper ist normalerweise dann sehr viel aufrechter. Man hebt auch ein bisschen mehr dann tatsächlich aus den Beinen und sowas. Also die belasteten Muskeln verändern sich ein Stück weit. Und das kann halt eben sehr sinnvoll sein für einige Leute, die einfach Schwierigkeiten haben, das konventionelle Kreuzheben auszuführen. Und da würde ich halt auch wirklich empfehlen, das mal auszuprobieren, wenn man da Schwierigkeiten hat. Weil ich sehe das häufiger, dass Leute irgendwie bei uns auf ein Seminar kommen und sich abmühen, schon seit langer Zeit mit dem Kreuzheben. Und dann fragt man, hey, hast du mal Sumo-Kreuzheben ausprobiert? Und das sind da meistens so relativ groß gewachsene Menschen mit langen Beinen. Und dann machen die Sumo-Kreuzheben und sagen die, ah, das fühlt sich viel besser an, viel natürlicher für mich. Oder auch so Sachen wie, ich kann direkt mehr Gewicht bewegen oder es geht nicht mehr so stark auf den Rücken. Also manchmal, wenn man, wie gesagt, halt ein bisschen größer ist oder nicht so eine passende Anatomie hat, dann ist man halt sehr, sehr vorgelehnt beim Kreuzheben. Und dann geht halt einfach sehr viel Last in den Rücken. Da kann man natürlich auch sagen, ja, ist ja super, der Rücken soll ja auch trainiert werden, aber es kann eben halt auch, ja, zum limitierenden Faktor werden, wo man dann einfach merkt, ich komme nicht weiter, weil mir der Rücken wehtut oder weil einfach zu viel Last in den Rücken reingeht. Und da kann Sumo-Kreuzheben und es gibt auch modifiziertes Sumo-Kreuzheben, das ist sogar noch ein bisschen engerer Stand als beim normalen Sumo-Kreuzheben, sehr, sehr hilfreich sein. Ich will zum Abschluss nochmal auf die andere Variante kommen, die du auch eingangs erwähnt hattest, ist das rumänische Kreuzheben. Inwiefern unterscheidet sich das denn vom klassischen Kreuzheben, das wir eben beschrieben haben? Also rumänisches Kreuzheben unterscheidet sich insofern, dass man eben halt aus dem Stehen startet und nicht vom Boden und die Knie etwas gestreckter lässt noch als beim normalen Kreuzheben. Dadurch haben wir noch weniger Oberschenkelvorderseite drin und eben halt mehr Oberschenkelrückseite, Gesäß und unterer Rücken. Sehr beliebt bei Frauen, eben halt weil eher sozusagen das Gesäß, die Oberschenkelrückseite trainiert werden und nicht so der Quadrizeps, also die Vorderseite vom Bein, was vielleicht auch manchmal gar nicht der Wunsch ist, dass man da noch mehr Muskeln aufbaut. Also trainiert noch mehr die Rückseite vom Gesäß bis zu den Knien. Geht man da auch ganz auf den Boden runter? Also theoretisch, wenn man die Beweglichkeit hätte, schon, aber bei den meisten Leuten ist sozusagen, wenn man die Knie recht gestreckt lässt, ist eigentlich so unter den Kniescheiben relativ schnell Schluss. Das heißt, wenn man dann versucht weiterzugehen, dann kommt die Bewegung nicht mehr aus der Hüfte, sondern der Rücken wird rund und das ist halt nicht das, was wir wollen, weil wir dann einfach sprunghaft eine höhere Belastung im Rücken haben, was eben halt zu Problemen führen könnte. Also da wäre es auch völlig okay, wenn man den Umkehrpunkt kurz unter den Knien hat. Genau, da muss man einfach gucken, ein bisschen rumspielen, was da für einen möglich ist. Generell würde ich sagen, ja, wenn man das rausholen, was geht, aber was natürlich vorgeht, ist, dass die Technik sauber ist, dass der Rücken sicher ist. Es gibt noch ein paar weitere Varianten, aber das sind, glaube ich, die drei häufigsten, die wir jetzt besprochen haben, also das klassische Kreuzheben, das, was wir mit Detail besprochen haben, was du auch in den Shownotes nochmal an Videos und auch im Text nochmal detaillierter nachlesen kannst und dir anschauen kannst, dann hatten wir das Sumo-Kreuzheben und das rumänische Kreuzheben. Was gibt es noch für Varianten? Fällt mir gerade ein Deficit, also Defizit-Kreuzheben, wo man tatsächlich mit der Stange noch tiefer geht, indem man sich selbst auf den Podest draufstellt, wäre eine Variante. Dazu muss man sehr beweglich sein. Und das zweite wäre wirklich mit durchgestreckten Knien Kreuzheben zu trainieren. Das wäre das klassische Kreuzheben mit durchgestreckten Knien. Stiff-Legged Deadlift wird das auch genannt. Auch da muss man entsprechend beweglich sein. Das ist jeweils ein bisschen ein anderer Schwerpunkt von der muskulären Belastung her und wäre eine Alternative für Leute, die viel Kreuzheben trainieren. Hast du da noch Ergänzungen zu? Ja, eine Sache noch, das hatten wir eben schon erwähnt, dass man das Gewicht halt erhöht. Also Rackpull sozusagen oder dass man unter das Gewicht ein bisschen was legt, damit man nicht so tief starten muss. Und das kann eben halt gerade auch vielleicht für Leute, die ein bisschen älter sind und Schwierigkeiten haben mit der Beweglichkeit sinnvoll sein. Aber es kann halt auch eine gute Option sein, wenn man vielleicht Schmerzen hat in der untersten Position. Und dann nimmt man einfach ein bisschen was aus der Bewegung raus, schneidet sozusagen ein letztes Stückchen ab. Und da ist es vielleicht schmerzfrei. Und dann kann man die Bewegung gut ausführen. Und das ist auch so eine Sache, die ich immer wieder sehe, dass Leute sozusagen dieses Ideal, das Kreuzheben im Kopf haben und vielleicht aus irgendwelchen Gründen, dass sie aber gerade nicht machen können, weil vielleicht eine Verletzung da ist oder das irgendwie schmerzhaft ist oder sowas oder Beweglichkeit fehlt. Und da würde ich immer empfehlen, nicht scheu sein, dann halt die Bewegung ein bisschen kleiner zu machen oder ein bisschen abzuändern oder eine andere Variation auszuprobieren, weil es ist immer besser, die Bewegung halt überhaupt zu machen, als es halt ganz wegzulassen. Ein wichtiges Thema beim Kreuzheben ist noch, das ist eine Übung, und das merkt man auch, wenn man sie durchführt, die ziemlich anstrengend ist, die zwar primär auf die besprochenen Muskeln geht, aber trotzdem steht der ganze Körper unter Spannung. Und das zentrale Nervensystem sehr stark aktiviert. Das heißt, der Regenerationszyklus nach dieser Übung ist länger als bei anderen Übungen. Hast du da eine Faustregel, Ayosha, die du empfehlen kannst? Wie häufig sollte man Kreuzheben die Woche trainieren oder nicht häufiger als? Das ist eine sehr schwierige Frage. Also wenn man jetzt ein Anfänger ist, dann kann man auch ruhig mal ein, zwei Mal die Woche schweres Kreuzheben machen. Das wird sicherlich kein Problem sein. Je fortgeschrittener man ist, desto heftigere Reize kann man ja setzen. Das heißt, man wird sicherer mit der Technik und man kann den Körper sozusagen ans Äußere bringen. Und dann kann es halt auch schon mal sein, dass man das Ein-Tag-Pause, Zweitag-Pause nicht reichen, dass man vielleicht auch tatsächlich ein paar Tage länger Pause machen muss. Und das hängt natürlich dann auch davon ab, wie viel man so isst, was man sonst so macht, wie der Schlaf und so ist. Also da eine Pauschalantwort zu geben wäre jetzt schwierig. Ich würde einfach gucken, wenn man sozusagen Kreuzheben gemacht hat und dann macht man seine Pause und beim nächsten Mal, wo man beim Training ist, merkt man noch irgendwie alles ist so ein bisschen steif und man hat gar keine richtige Lust zu trainieren. Dann wäre vielleicht schon der Moment ein bisschen zu früh, wieder mit dem Training einzusteigen. Also ich kenne viele Leute, die einmal die Woche schweres Kreuzheben trainieren, damit sehr gut fahren und auch tolle Fortschritte machen. Also da braucht man sich keine Sorgen machen, dass das zu wenig ist, gerade wenn man schon ein bisschen länger trainiert. Meiner Erfahrung nach. Genau, das deckt sich ja mit dem, was ich eben gesagt habe. Je fortgeschrittener man ist, desto mehr kann man sich da ja auch sozusagen herausfordern und dann würde ich da auch die minimale effektive Dosis fahren. Und das ist tatsächlich für einige Leute auch dann vielleicht nur einmal die Woche. Aljoscha, du hast in dem Artikel zu diesem Podcast, das sind also die Shownotes, in diesem Artikel auch nochmal Beweglichkeitsübungen beschrieben. Falls du an deiner Beweglichkeit also arbeiten möchtest und denkst, Mensch, da geht noch was, dann findest du zwei effektive Übungen von Aljoscha in den Shownotes und du siehst auch, wie du deine Fortschritte ganz gut messen kannst. Wir haben über Facebook noch ein paar Fragen gekriegt zum Thema Kreuzheben von Dranbleibern, von Zuhörern von Fitness mit Marc. Eva fragt, ich wüsste gerne, wie viel ich die Beine einsetzen soll und wie viel die Hüfte, also aus welchem Bereich sollte der stärkste Impuls kommen und sie spürt nach dem Kreuzheben ihren unteren Rücken, hat dann auch leichten Muskelkater dort und die Oberschenkelrückseiten. Ist das denn richtig so? Also das klingt danach, als würdest du sehr stark aus der Hüfte arbeiten. Wenn der Bereich, den du auch gerade genannt hast, also der unteren Rücken und die Oberschenkelrückseite dein Ziel sind, dann würde ich sagen, machst du alles richtig. Du kannst ja auch mal probieren, was passiert, wenn du die Knie ein bisschen mehr beugst. Also nicht so, dass sie jetzt nach vorne schießen, aber dass du im Knie ein bisschen mehr Beugung hast, dann wird der Oberkörper ein bisschen aufrechter sein und die Belastung geht vielleicht ein bisschen aus dem Rücken raus und ein bisschen mehr in die Oberschenkelvorderseite rein. Sie fragt noch, aus welchem Bereich sollte der stärkste Impuls kommen? Beine oder Hüfte? Dann würde ich sagen, in dem Fall beim Kreuzheben definitiv die Hüfte, also der stärkste Impuls aus dem Bein. Das ist eher dann die Kniebeuge, die wir da machen würden. Katharina fragt, kann ich zu tief runtergehen? Es heißt, man soll mit der Stange knapp unter die Knie. Ich könnte sie aber quasi auf den Boden legen, wenn da die Gewichtsscheiben nicht wären. Schadet es, weiter runter zu gehen? Natürlich vorausgesetzt, der Rücken bleibt gerade. Nein, das schadet nicht. Es ist nur so, dass wenn du so tief gehst, das ist einfach ein bisschen eine noch ungewohntere Position für den Körper. Das heißt, du wirst da einfach nicht so stark sein. Das heißt, unter Umständen kannst du nicht so einen starken Reiz in die Zielmuskulatur bringen. Das muss man dann ein bisschen abwägen. Also ich würde dir von daher empfehlen, geh bis zur Mitte vom Schienbein etwa und dann geh wieder hoch. Boris fragt, was sind deine Gedanken zum Load-Management bei Personen mit Schmerzen im unteren Rücken, chronisch und akut? Was ist eigentlich Load-Management? Also Load-Management heißt in dem Zusammenhang einfach nur, wie wählt man das Gewicht aus, sodass wir einen Trainingseffekt haben und weiterhin Fortschritte machen können, obwohl die Person vielleicht Schmerzen oder eine Verletzung hatte, ohne dass wir den Bereich halt wieder neu reizen. Also dass es jetzt zum Beispiel zu einem Schmerzausschlag kommt und man dann wieder länger pausieren muss. Und ja, das ist gar nicht so einfach. Also gerade wenn jemand jetzt vielleicht einen Bandscheibenvorfall hatte oder längere Zeit Schmerzen hatte, dann kann man davon ausgehen, dass der Bereich so ein bisschen sensibilisiert ist. Und da ist es dann ganz wichtig, ja, lieber erst mal ein bisschen tiefer einzusteigen und auch darauf zu hören, was sich sicher anfühlt. Also ein Gewicht zu wählen, wo man sich mit sicher fühlt. Und wichtig halt auch, wo man nach dem Training oder am nächsten Tag jetzt nicht so einen Schmerzausschlag bemerkt, sondern wo man merkt, okay, vielleicht der Bereich wurde belastet. Und dann ist es auch normal, dass man da vielleicht ein bisschen Muskelkater hat oder es wieder so ein bisschen zwickt. Aber das wäre in dem Fall in Ordnung. Und von da aus kann man dann sozusagen sich langsam steigern. Wir können also zusammenfassen, Kreuzheben macht einen Knackarsch. Und diese Übung gehört auch zur Riege der besten, im Sinne von der effektivsten Übung, wenn du sichtbare Veränderungen an deinem Körper bewirken willst. Und Kreuzheben kann natürlich noch viel mehr. Es ist ein ganz natürliches Bewegungsmuster. Es ist eine funktionelle Übung, Bewegung, die du im Alltag auch brauchst. Man denke dann nur an die oft zitierte Getränkekiste oder die Umzugskiste, die du möglichst elegant von A nach B tragen möchtest und bequem. Kreuzheben ist überhaupt kein Hexenwerk, wenn du die Technik beherrschst. Und dabei solltest du den Karren nicht vor das Pferd spannen. Denn wenn du beim Kreuzheben möglichst schnell Fortschritte machen willst und möglichst schnell stark werden willst, dann solltest du langsam anfangen. Es zahlt sich später aus, wenn du anfangst, dir wirklich ein bisschen Zeit nimmst, um die korrekte Technik erstmal mit der leeren Handelstange überhaupt zu erlernen und sauber durchzuführen. Und genau das hat Aljoscha ja wunderbar am Anfang der heutigen Folge beschrieben. Und so erstickst du dann die häufigsten Fehler im Keim und kannst dich dann peu a peu mit dem Gewicht nach oben vorarbeiten und bleibst bei einer sauberen Technik. Fakt ist also, wenn du das Kreuzheben erstmal richtig und sauber lernst, dann hast du ein Tool in deiner Übungstoolbox für dein ganzes Leben, das deinen gesamten Körper auf einen Schlag stärken kann. Aljoscha, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist Personal Trainer, du hilfst also Menschen hier in Hamburg vor Ort einerseits ihre Technik zu verbessern, aber natürlich auch ihre Trainingsziele zu erreichen, neben deiner Tätigkeit als Parcours-Trainer und Trainer-Ausbilder bald auch. Du gibst aber auch Seminare. Für wen sind solche Seminare denn überhaupt geeignet? Ja, also so ein Seminar lohnt sich vor allen Dingen für Leute, die ihre Technik verbessern lassen wollen und die einfach nochmal einen Profi haben wollen, der vor Ort drauf schaut, ob alles richtig gemacht wird, um einfach mal sicher zu sein, ob das so passt mit der Ausführung. Häufig ist da ja sehr viel Unsicherheit und es ist auch sinnvoll, wenn man zum Beispiel Schmerzen bei den Übungen hat und da Hilfe benötigt, um das irgendwie wegzubekommen. Bei den Seminaren hilfst du Menschen aber nicht nur im Kreuzheben, sondern ihr macht da die gesamten Grundübungen, richtig? Korrekt, genau. Wir machen da Kniebeugen mit der langen Hand, wir machen Kreuzheben, über Kopf drücken, rudern und auch noch so Übungen wie Klimmzüge und ein paar andere Sachen, also sozusagen die grundlegenden Übungen, die man so braucht für ein effektives Training, gehen wir da durch. Also falls so ein Seminar interessant sein sollte, den Link packe ich auch in die Shownotes rein, dort findest du die und da kannst du auch mit Aljoscha gerne Kontakt aufnehmen, wenn du Interesse hast. Nicht wundern, ich mache die Seminare zusammen mit meinem Kollegen Dr. Dominik Dotzauer und die ganzen Infos zum Seminar findet ihr auf seiner Seite. Vielen Dank nochmal, Aljoscha. Ja, danke dir. und dir wünsche ich viel Erfolg im Training, beim Kreuzheben oder was auch immer bei dir auf dem Plan steht. Sponsor der heutigen Folge ist Audible. Audible hat über 150.000 Hörbücher im Angebot, darunter Bestsellerautoren und viele der bekanntesten aktuellen Bücher, Ratgeber und Klassiker. Du kannst die Bücher, die du schon lange lesen wolltest, ganz einfach hören. Zum Beispiel, auf dem Weg zur Arbeit. Audible bietet dir ein spezielles Angebot nur für Fitness mit Mark Hörer. Du bekommst die Audible Mitgliedschaft zum halben Preis, wenn du jetzt auf fmmbuch.de gehst. Nicht für ein, zwei oder drei Monate, sondern für ein halbes Jahr. Dieses Angebot gilt nur für Fitness mit Mark Hörer, also geh auf fmmbuch und mach mit. fmm wie Fitness mit Mark und dann buch.de cool, dass du bis jetzt drangeblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast at marathonfitness.de Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de schrägstrich podcast und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Mark suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de schrägstrich podcast und klickst auf abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderem. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.